ich kein holz mehr doch kraftstoffversorgung okay das zählt schon zu irgendwas und ich würde sagen dann stellen wir einfach mal 200 hallo 2 kann ich nicht warum darf ich ja nichts eintragen verdammte scheiße so nach einmal verstehe ich auch nicht ich kann da kann ja nichts händisch eintragen keine ahnung warum was habe ich jetzt noch einfach dann machen einfach mal 100 steine ich muss ja auch noch an pflanzen so dafür werde ich unglaublich viel mittel brauchen mittel und brennstoff das brennt ja eigentlich gerade noch ach ja richtig ich müsste eigentlich auch noch mal fasern holen denn habe ich schon geholt kann ich nicht nur erstellen wird wird hergestellt wie schön okay erst gleich fertig mit seinem stein das ist gut hier fehlt noch dreck das ist auch okay dann packe ich mal diese sachen da wieder da mit rein brauche ich gerade nicht unbedingt ich kann mir mal fasern von dir okay habt ihr die extra gesetzt habt ihr doch geholt ich du dir die ganze zeit drüben hier raushauen und machen ja ja mach ruhig ich brauche ich brauche ich brauche warum braucht man eigentlich mürtel um was zu brennen das ergibt gar keinen sinn ich brauche doch kein mürtel um um zu töpfern ohja toll spuren bist ein paar andere stecktein ja ich habe noch vier gesammelt ich brauche aber mehr holz tatsächlich naja da ist das richtige brennmaterial wie toll das ist toll ich freue mich voll power heimlich gar nicht gar nicht mehr und ich brauche mehr verkorkommen und es brennt ja der brennhofen läuft nicht mehr ich habe noch mal 167 also mit okay ich brauche mehr verkorkommen wird tatsächlich das war ganz unten glaube ich ne fast ich mache noch mal 400 mürtel ich kann ja nichts mehr eintragen ach jetzt weiß ich woran es lag ich habe die hochstelltaste angehabt also falsche taste gehabt ja dann ist es ja automatisch keine zahlen mehr deshalb you are too hungry to work ich kann wieder arbeiten ja arbeit 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 eine stunde lang verkölte mürtel du bist so richtig zum arbeiten okay arbeit 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 ich habe jetzt gut 30 papayas reingefressen damit ich 400 mal mürtel herstellen kann oh man hast du die nicht vorher gegrillt ja ich grille auch noch weiter papayas also wenn du fasern hast ich nehme sie gern ich bring noch mal knapp 170 fasern nochmal mit ja mein werkzeug ist komplett hinüber ja dann brauchst du halt deutlich mehr das renne ich irgendwie nicht so richtig das mit rennen hat wenig zu tun nein ich bring mich nicht schneller weg obwohl ich drücke ach so ja das geht auch so irgendwie nicht so richtig finde ich ähm brauchst du eigentlich mais mais habe ich schon gepflanzt soll ich trotzdem auch ich habe auch noch rüben und obwohl die tomaten behalte ich aber selber behalte ich habe angepflanzt tomaten habe ich ein ganzes zelt ich mache noch mal ein bisschen holz hier bau jetzt immer felder so gut es geht 5x5 aus irgendeinem Grund passt das irgendwie dann aha ja das dauert noch ewig habe ich noch ein würfel bei dir reingehauen irgendwo eigentlich ja brauchst du den grad nein oh hier das das ganze pulp und sowas nehme ich dir weg habe ich gerade eingelegt ja ja die fasern auch oder ich habe noch mehr hau es ruhig rein dann kriegst du hier die schworen das kann ich jetzt alles zum würfel umwandeln ich wohne kann es mal mit in die kiste fucken übrigens ja das könnte ich ach ich bin voll ich kann nicht mehr tragen dann sagen wir so geht es schon wieder nicht mehr das vergesse ich immer das ja auch maximalgewicht hast funktioniert doch das system welches naja du wir nehmen uns gegenseitig immer wieder rohstoffe weg und lagern andere rein ich habe ja noch zeigte ich habe gleich bergbau wieder eine stufe ich komme mir gar nicht vom level system voran ich habe nicht mal ein drittel vom nächsten level da gibt gar keinen sinn gerade das level system ich gebe es ehrlich zu ich finde es bescheuert das müssen die doch mal überarbeiten diese arbeitest du eigentlich nicht was sollen das wie gesagt das kühlen der system das ist so toll auch ich habe das falsche lager zugeschalten dann nimm doch mal von hier was da ist ganz viel ganz viel mürtel den kannst du haben 15 minuten was man bringt das halt sammeln kommt gar nicht von fleck kann ich alles umwandeln hier grundlagen der technik läuft ist auch nie was muss straßen herstellen sonst komme ich nicht weiter was brauche ich was muss ich was müssen es wirklich straßen sein geht bei mir straßen zeigt zeigt mir mal wo wo sind die drin hier drin und legende technik z gz und ingenieur und legende technik okay asphalt ist das hier zement und legende technik warte mal draußen und ich weiß wo ich glaube ich weiß was los ich guck mal ganz kurz aber ich ein zement brennofen machen kann kann ich nämlich als straße bahn er hat manchmal guckt schon nach oben rennen ofen glasverarbeitung die badewanne der was eine badewanne und verholz fällen 6 kann ich holzkohle herstellen blumentopf waschbecken toilette holzkohle ok vielleicht hier vielleicht kann ich hier ein rennofen steht hier ein rennofen ja ja das ist so eine vorgängerversion vom von der westen das ist die erste verhütung die die menschen hatten ich glaube ich muss diesen rennofen wahrscheinlich bauen kraft rock tag dachte das ist so furchtbar hier geworden ganzes skillsystem ergibt keinen sinn woodport tag ich glaube ich muss diesen rennofen bauen in dem kann ich dann metall herstellen ich habe keine ahnung was ist das hier eisenbaren ich glaube ich muss wirklich über diesen rennofen dann gehen ich glaube schon okay diesen kies den wir gefunden haben den kann ich damit verwenden okay das heißt ich brauche noch sand und ich brauche diesen kies zurück von dir drüben liegt alles noch da ja ja das hole ich mir ich holz mal zurück das ist das zeug der das zeug das hier unten liegt ein bisschen ein dass du nur maximal level 20 kriegen kannst das ergibt keinen sinn ja das hätte ich umstellen können das hätte ich ja umstellen können also weil das ist gut ist dadurch gegenseitig ja nur brauchen jeder braucht das vom anderen das wäre jetzt aber auch nicht anders wenn du hättest das jetzt genauso wenig freigeschaltet ehrlich gesagt das müsste alles noch dass ich mich bescheuert jetzt das system also wirklich ich bin schon dran das für dich zu machen das müsste das hier sein nicht genug platz hier danke ich finde es komisch dass ich mit dass ich metallgeräusche mache wenn ich das mache aber egal weil das ist diese waschteck rock tech und jetzt müsste ich mehr haben tatsächlich jetzt habe ich 16 jetzt brauche ich noch sand zehnmal und wood board tech brett hart wood board soft wood board okay einfach noch bretter 25 mal bretter wenn wir noch eins haben dann haben wir genug warte okay ich mach mal 25 bretter hast du noch ein bisschen holz für mich ja warte weil dann kann ich das dann brauche ich doch noch einen sand und dann können wir uns in auftrag geben alles dann musst du holz oder bretter normales holz ich muss nur noch ein bisschen sand dran kann ich hab doch grad und dann kann man tatsächlich loslegen zehnmal sand brauchen wir und dann kann ich das wirklich bauen und ich glaube mit dem ding kannst sind wir dann wieder einen schritt weiter hast du schon mal sand geholt hier vielleicht ein zweimal dann sieht es vielleicht ein bisschen oder sand fehlt ja vielleicht aber ich will nicht vom wenn ich halt ich will das alles irgendwann wieder so hinbauen wie es war bist du irgendwie sein selber herstellen können ja das geht auch da brauche also man kann diese steine um in irgendeinem gebäude ich glaube in diesem grinder ging das mal oder in irgend so einem ding kann man das um modell steine zu kies und kies glaube ich zu sand irgendwie geht das sind hier gewühlt alles ich habe sehr viel würdel hergestellt weil ich das mit dem nicht mit diesem bierwürttel nicht gerafft habe noch nicht aufgeben ich weiß es ist gerade ein bisschen nervig aber wir kriegen das noch hin ja das ist viel macht spaß aber dieses bildsystem das ist doch nicht zu husten ja finde ich auch nicht so praktisch ich muss ehrlich sagen ich habe euch viele schlechte kritiken über die skillsystem schon zu hören gekriegt da sind wir beide nicht die ähnlichen viele haben das spiel wird aufgehört nach diesen skillsystem mist was die umgemodelt haben ich glaube das war schon immer ein bisschen anspruchsvoll aber die haben es halt einfach ich finde du musst einfach zu viel machen baut zehnmal dieses buch dieses heft damit du dann noch mal 20 mal dieses heft bauen darfst dann kriegst du irgendwann den skill danke 15.000 rohstoffe für irgend irgendeine mist die du vielleicht nicht mal willst damit du letzten endes irgendwann das kriegst was du verhitzt ja das ist das ergibt keinen sinn hier ja aber irgendein system musst du mir einfallen lassen aber trotzdem das alte drinnen lassen sollen das war viel einfacher da konntest du wirklich alles besser handhaben und besser lernen das war alles einfacher in der herstellung naja wir kriegen das schon hin spätestens wenn wir dann alles erforscht haben lachen wir darüber ok das reicht sogar schon jetzt muss ich noch warten bis das holz fertig ist und dann baue ich dein buch dein rufen ok ich brauche nämlich dieses masonerie was machen aber kein sand warum kein sand ist höchstwahrscheinlich also ich habe noch mal sein eingelegt nenne ich glaube ich habe als lager nicht angeschlossen warte ok das problem ist nämlich ich müsste nämlich auch den stein verbau alles machen damit ich auch das selber wie du machen kannst was ich auch brauche dann später für mich jetzt habe ich keinen zugriff auf mein lager ist das zu weit weg dann packe ich halt alles in das lager darüber so nee das ist ein lager glaube ich das hier ich mein so verschwindet tatsächlich ja da wird schon wird gerade ich habe den gerade mit reingepackt warte mal ah der rennofen wird gemacht es fehlen mir noch bretter arbeitet das ding noch warum wird nicht gearbeitet aber hier fehlt holz habe es nicht umgebracht dann machen wir hier noch mal ein bisschen holz alles gut wird hergestellt der rest müsste dann eigentlich von selbst laufen das ding läuft halt so weit wie es geht und wie läuft es bei dir ah ja ich brauche langsam ein bisschen mehr normales holz was ich verbrennen kann ja die fasern laufen wird alles schön umgewandelt es wird zeit sie umzuwandeln wasser die wollen euch umbringen in radioaktiven staub kann ich auf dein lager drüben zugreifen ich kann auch auf dein zugreifen das führt manchmal zur verwirrung glaube ich das überlege ich ja gerade egal ein straße hatte ich schon mal gebaut ja aber ich gucke jetzt mal dass ich diese eisenbeutung hinkriegt und ich glaube dann muss kann ich da wahrscheinlich schon das nächste bauen was uns weiter bringt ich will jetzt den rennofen für dich noch machen und dann müssen wir eh ausmachen weil ich schon die anderthalb stunden wieder voll habe wenn wir dann noch rote beete haben kann ich auch campfire salat machen und sowas rote beete habe ich nicht gefunden rote rübe ja das also rübe und dann ist eine rote rübe nicht eine rote beete ah ich hab doch recht oder so ok jetzt kommt die bretter sehr schön wir können uns auch ganz kurz ins bett legen dann geht schneller warte 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 bei dir was das walkon eingelegt ja mach ruhig kannst du rote beete machen warum ah jetzt ok ich wollte gerade sagen wo läuft denn das nicht mehr ah ja gut ich würde einfach so in ein paar minuten einfach aufhören und gutes nee das ist fertig ja warte mal so ich mach kurz auf ich guck mal kurz weil das brauchen wir ein bisschen zeit sich zu aktualisieren ich weiß das ist immer schlimm warum fehlend holz ich hab doch ich hab doch holz dazu bei mir holz was ist hier schon vielleicht wieder lager nicht angeschlossen ja ich hole kurz das holz geht es jetzt hin aber woran hängt es jetzt hier warum hast du denn kein kraftstoff mehr gefällt dir das da nicht da geht doch es gibt auch ein problem bei dem kraftstoff zeug ähm ja dass der halt manchmal sagt er ist kein kraftstoff drin ist obwohl noch weiter da ist ok warte hacken und ein bisschen holz zu holen nee nee warte ich komme gleich wieder zu dir äh also ich gehe gleich ins bett meine ich eigentlich ähm ok ich hab kein holz wir haben kein holz mehr tatsächlich ja dann hacken wir noch schnell ein bisschen holz also hier ist alles wieder schön zugewachsen glaube ich mhm das dauert seine zeit ja aber es wächst von selbst sehr gut zu sollte ich diesen großen baum da hinten mal fällen ich hab's gerade gemacht achso ja ist auch noch einer was ist das hier eigentlich ich will zu anderen inseln rüber dann habe ich schon noch sehr viel holz drüben sollen wir es einfach holen mit einheiten oder ich hacke noch ein paar palmer um erstmal mach was du willst ich hacke gerade einen großen baum nieder ja tu das wenn Mutter Natur am verlieren ist hat sie es nicht anders verdient denkste ja vielleicht schon sie hat uns doch auch gequält welchen Bezug Dürren, Pest, Tokio Hotel und Giftaffen Tokio Hotel ja das stimmt ich glaube dass sie es wieder probieren oder auch wieder Musik zu machen keine ahnung ist mir egal ich weiß nur dass irgendeiner von denen war das Bill Kaulitz die anderen weiß ich gar nicht wie die heißen mit Heidi Klum zusammen ist mit der Bruder irgendwie ach die Warnfurt aber gab es Brüder ja also ich weiß ihr durch der Monsun wurde so häufig verarscht glaube ich wie fast gar nichts anderes achso ja ja natürlich ich muss tief in das Klo hinter die Wand an der Scheiße entlang aber nicht mit der Hand sowas halt ok da ist schon gelacht das war von Switch ach ich komm wieder nie hoch verdammter Mist ja wird Zeit dass wir die ganze Welt hier zerstören und ebenerdig machen eine Hölle nur ja ja alle Bäume müssen blau sein so blau ist doch egal so wie bleibt es hier ok der Rennofen ist bald soweit ich brauche neues Holz hierfür ja alles gut da können die Palmherzen rein doch übrigens ich habe Assassin's Creed geschafft nur welchen? Odyssee endlich ah also die Assassin's Creed Titel die neueren sind schon extrem groß nicht wahr? ja also Odyssee ist der größte ich weiß nicht ob Valhalla ich weiß nicht ob Valhalla jetzt nicht doch größer ist ne Valhalla ist kleiner ok ich will jetzt nächstes Origins machen und Valhalla warte ich noch dass wir noch zu billig keine Ahnung billig sind die Titel ja nie ok noch 50 Sekunden dann haben wir den Rennofen woran mangelt es hier? äh ich brauche viel mehr Holz ich brauche viel mehr Holz oh guck mal da hinten siehst du das? da oben weißt du die Ziegel? ja habe ich vorhin schon gesehen beim Sand holen ah ich nicht das ist glaube ich die letzte Stufe also vor dem Beton dann gibt es nur noch Beton und das ist dann die letzte Stufe haben wir denn noch irgendwo ein bisschen ach hier nehmen wir doch das bis ich etwas besseres finde ach ich muss nochmal was? was habe ich gemacht? ach es war interessant ich habe gerade herausgefunden dass es hier ein ein Dings gibt zum Sprechen so Rennofen ich wette ich kann da Eisen verhütten müsste ich eigentlich können wenn ich dich finde da ist er so kein Kraftstoff mehr was kann ich machen? Amboss, Eisen schmelzen Gold schmelzen Kupfer schmelzen da brauche ich schmelzen Goldkonzentrat kriege ich da raus hier kriege ich Konzentrate raus hier kriege ich Konzentrate raus hier kriege ich Konzentrate raus dann müssen wir aber auch dieses Zeug finden weißt du dass man Schlacke tatsächlich verwenden kann die kannst du sogar kaufen ja war mir bis vorher tatsächlich nicht klar ich habe kein Holz mehr ah kann ich das von deinem nehmen? ja ja Mensch ich zerstöre gerade deine Umgebung übrigens das ist schön danke macht mir immer so eine Arbeit selber zu machen wisst ihr Leute seid ihr froh wenn die Unternehmen für euch eure Umgebung zerstören dann müsst ihr das nicht selber machen hier gibt es eine Frage von hier äh Arlo Irsinn von wem? ja Arlo Irsinn nennt sich das noch nie gehört von NDR ist das so jetzt hast du noch mal 20 gekriegt na super ah ja also bis ich diese ganzen Sachen hier fertig habe das wird ewig dauern und dann muss ich echt mal gucken dass ich irgendwie Eisenrand schaffe wollen wir erstmal kurz ausmachen weil ich muss die Folge beenden soll ja noch was rein dass hier ne Mühle drinnen liegen ja ein Mühlrad das habe ich plötzlich nicht mehr gebraucht keine Ahnung vielleicht brauche ich es noch Mühle? da kannst du dann zurück achso diese normale Mühle willst ähm da kann man Bohnenpaste und sowas herstellen ja die normale Mühle bringt was weil es bist du Koch ja aber da bin ich noch nicht weiter gekommen da muss ich ja kochen noch erweitern ich bin aktuell ich bleib bei Lagerfeuer koch weil die anderen Sachen sind zwar nett brauchen wir aber nicht unbedingt oder? ach nicht toll wenn ich dann irgendwann in Trutan stopfen kann toll oder Gemüsesuppe machen kann oder Gemüsesoße oder so oder ne Gemüsesaft war es könnte man glaube ich auch noch das ist jetzt nix was aus meiner Sicht Priorität hat so mal frömisch mal Holz ich weiß schon genau wo das reinkommt tatsächlich hat das Lagerfeuer bei mir grad ein bisschen Priorität ich brauche auch noch 50 Minuten bis der Mürtel fertig ist aber da fehlen wir langsam schon wieder Palp und solche Sachen ich habe alles verarbeitet Äpfel hier? also ähm ja dieser Kram halt Pflanzenfasern meinst du das? Pflanzenfasern auch ja sag mal da kann ich hier nochmal 100 äh äh bin 70 geben wenn du sie nicht brauchst brauch sie gar nicht ja ja irgendwie einfach ins vorderste äh in das Lager hier ganz hinten das Lager hier das wird sofort verarbeitet ach hier ist noch so viel zu tun hm ok beenden wir erstmal kurz ja klar komm mach dich besser im Haus zu lernen dann würde ich sagen das war Let's Play Echo für heute ich sage ciao mit WichtleinTV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal macht's gut Bye Leute Take care Take care